Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft und wir haben Weihnachten heute. Das ist das Christmas Special und hier in der ganz normalen Let's Play Welt. Aber bevor wir anfangen möchte ich dir was zeigen. Was ist denn das? Was? Geschenke? Geschenke? Ja, ich habe Geschenke bekommen. Ja, das ist natürlich nur unsere normalen Kisten, aber diese Kisten, ja, die sehen heute ganz besonders aus. Und das liegt daran, was heute Weihnachten ist. Das ist das versteckte Minecraft Feature in der 146, das heute nur freigeschalten wird. Ja, ist das nicht geil? Und die Framware, die ist heute auch bei uns. Das ist doch mal toll. Leider ist da nichts anderes drin, außer das, was wir reingelegt haben. Aber, naja, ich habe mich jetzt entschlossen, diese Insel hier, 99 Islands, zu taufen, weil wir sie in der 99. Folge gemacht haben. Das Screenshot ist, ja, das ist richtig geil geworden noch. Und ich habe schon überlegt, was wir hier bauen. Das hat gar nichts mit Weihnachten zu tun eigentlich. Aber, ja. Ja, ich nehme dieses Textaffekt des Default, weil, ja, wegen den Weihnachtskisten. Und was wir hier bauen werden... Ja, ich sauf da jedes Mal ab. Was wir hier bauen werden. Ich weiß nicht, ob ich schon verraten soll, aber ich... Ja, komm, ich... Ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an. Ich habe mir das jetzt gerade so überlegt, noch schnell, und habe nichts dazu vorbereitet. Das heißt, ähm, ja, es wird ziemlich schwer werden. Ich sag's einfach. Wir werden ein geiles Hotel bauen. Ein Fünf-Sterne-Hotel mit Pool und so. Und allem drum und dran. Ja. Weil das passt hier hin. Und zwar wird es hier erstmal noch nicht anfangen. Hier gibt es so einen kleinen Strand. Erstmal... Am besten fange ich damit an. Genau, das ist am einfachsten. Damit fange ich an. Liebe Leute, ich habe einen Anfang gefunden. Ist das nicht toll? Ich werde jetzt diese Form kein Thema haben. Weil, ja, es ist jetzt hier ja so, dass ich jetzt jedes baue und ein Thema will ich da auch gar nicht haben. Während ich baue. Weil ich muss mich da auch konzentrieren da drauf. Und wir haben zu viele Saplings. Ich bin erkältet, wie man vielleicht hört. Leider, leider, leider. Hat es mich jetzt auch erwischt? Ähm, ja. Ist halt so, kann man nichts machen. Wir haben jede Menge Äpfel. Pferdeäpfel. Ne, vielleicht nicht. Ähm, ja. Aber das kommt jetzt mal weg hier. Wir brauchen Platz im Inventer, Leute. Platz im Inventer. Ähm, ich hoffe jetzt gleich Futschi. Futschi. Dann wollen wir mal Sanktchen hütteln. Ah, ich freue mich schon, wenn es fertig ist. Es dauert aber noch. Erstmal den Rand mit viel Sand. Mach das so. Ich mach den Rand. So, und zack, hier auch noch. Das könnte jetzt etwas langweilig werden, aber ich möchte kein Thema haben. Habe ich ja schon erklärt. Ähm, ja. Ja. Ja, Fail. Soweit wäre es das auch schon gewesen. Die Idee hatte ich gerade vorhin jetzt erst. Und hab mir jetzt auch gar nicht überlegt, wie ich das mach. Ich mach das einfach irgendwie. Eine kleine Anmerkung. Let's build Schloss. Äh, ja. Da hab ich auch einfach irgendwie angefangen. Und das mach ich jetzt nicht mehr weiter, weil es einfach nur Kacke ist. Aber das hier ist das Minecraft Let's Play. 100. Folge plus Minecraft. Ja, es werden gerade noch die letzten Folgen hochgeladen. 97 lädt er gerade hoch. 17 Prozent. Naja. Ich denk mal in... In 6 Stunden werden die 3 Folgen dann nach oben sein. 3000 Anleitungen. Ja. 6 Stunden ist 18 Uhr. Dann kommt die hier. Die wird... Oh mein Gott. Fuck, ey. Die wird... Die wird zu lange brauchen. Huch. Lehm. Äh, ja. Die Folge wird... Ach, scheiße, Mann. Die... Ich krieg die doch gar nicht hochgeladen, oder? Wenn um 18 Uhr alle Folgen hoch sind. Wenn um 18 Uhr alle Folgen hoch sind. Und eine Viertelstunde die Folge braucht... Ähm... 2 Stunden. Dann braucht... Eine Stunden Folge... 8 Stunden. Und um 18 Uhr bis 8 Stunden gleich 26. Und das geht nicht an einem Tag. Das heißt, ich werde wohl oder übel die Folge... Ein bisschen kürzer machen. Also sprich, ich nehme jetzt... 6... Plus... Äh... Ich nehme eine halbe Stunde. Nein, das ist zu lang. Ich... Ja. Das ist zu lang. Selbst 20 Minuten wären schon zu lang. Ich nehme eine Viertelstunde genau auf. Viertelstunde wären dann bis um 21. Genau. So mach ich's, Leute. Also doch keine Folge in Überlänge. Internet ist schuld. Ich hab kein Sand mehr. Lass mich verarschen. Ich geh diese Folge nicht in die Wüste. Aber das hier sieht doch schon mal richtig geil aus, oder? So Strand. Und dann kommt man hier in so ein Hotel. Mit so Pool. Ja, ich weiß nicht, wie ich vom Gebäude anfangen soll. Hm... Wahrscheinlich mach ich das Gebäude so aus... So Holz. Wo man erstmal hier dann so... So den Weg entlang kommt zum... So wie gesagt, kommt man auf so einen kleinen Platz. Also direkt vom Strand kommt man rein. Das würde dann hier sein. Da kommt man in ein Haus auf Holz. Das auf Stelzen steht. Alles auf dem Sand. Oh, wir brauchen viel Sand. Und dann... Ja. Dann ist doch geil hier, oder? Hauen wir hier ein richtiges Hotel hin. Aber ich will erstmal Sand holen. Dazu müsste ich theoretisch bis in die Wüste laufen. Ich weiß nicht. Dann müssen wir 64 Sand hier reichen nicht. Äh... Ja, hier. Oh nein, 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 nein. Ich mach das auf Screen. Leute, ich mach das auf Screen. Aber das Special hier heute ist ja, dass wir dieses Hotel bauen und anfangen. Und dass wir... Ja, dass wir 99 Island bauen. Ja, und genau. Und den Christmas Chests auch. Das ist auch ein Special Wert. Ja. Also das ist das Special so für heute. Und die Christmas Chests gibt's nur an Weihnachten. Nur. Tja, dann haben wir uns hier was vorgenommen. Beispielsweise ich hab uns oder mir was vorgenommen. Und das muss ich jetzt auch alles machen. Wird nicht einfach werden, aber ich kann ja noch... Ich erstell die Welt nochmal. Ich kopier die. Sagen wir es mal so. Und mit der kopierten Welt mach ich dann Experimente. Mach ich wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich wieder nicht die Zeit dazu haben werde. Guck mal, hier ist schon Sand. Das ist gut. Wenn die Folge bis um 21 geht, geht die jetzt noch 4 Minuten. Da reicht es nicht mehr in die Wüste zu gehen. Ich beende die Folge dann auch. Da muss ich nichts groß schneiden. Ah, ich hasse unser Internet. Jetzt hätte es jetzt sogar noch gereicht, bis die anderen Folgen oben wären. Wenn die anderen Folgen jetzt schon oben gewesen wären. Alle. Dann hätte ich jetzt aufgenommen. Hätte jetzt bis um 13 Uhr aufgenommen. Hätte dann um 21 Uhr die Folge hochladen können. So. Ja, ich kann ja mal hier versuchen, das Screenshot zum Beispiel von gestern. Richtig geil geworden. Wobei... Ne, ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Stimmt. Ihr habt ja gestern schon gesehen. Also... So ungefähr wird dann mal die Insel werden. So richtig geil tropisch. Äh... Naja, wie auch immer. Hier ist Schnee. Machen wir halt mal so eine kleine Tropeninsel, in der wir dann Hotel bauen. Und alles. Hm, hm, hm. Nachher zur Feier des Tages können wir nochmal hier ernten. Diesmal von Hand. Schön dreidimensional. Schreibt es euch an. So, dann natürlich wieder anpflanzen und ich nehme ihn jetzt gleich noch weiter auf. Ah, ich habe jetzt gerade sowieso nichts zu tun hier zuhause. Nee, nicht ernst. Vielleicht hab ich die Ho weg. Die alte Ho. Scheiß drauf, dass hier an dem Feld nichts. Ja, ich habe sowieso nichts zu tun. Geschenke gibt es erst heute Abend. Also habe ich jetzt noch Zeit. Zwölf Uhr. Na, halb zwölf. Tja, das war's dann doch für die Folge, oder? Na ja, komm, wir können noch ein bisschen Kartoffeln ernten. Schöne Kartoffeln. Drei dimensionale Kartoffeln. Finde ich auch gut. Die stecken sich ja dann auch. Deswegen sieht es so wenig aus. Oh, eine giftige. Drei giftige Kartoffeln. Naja, von 81 werden schon mal drei giftige dabei sein. Naja. Ich schätze mal so, jede zwanzigste ist nur giftige. Wir haben jetzt jede Menge Kartoffeln. Und, was ist das denn für die Folge? Oh, ja, das war's schon. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Feiert doch schöne Weihnachten hier jetzt. Geschenke. Freut euch drauf. Keine Ahnung. Ja, feiert jetzt doch schön. Also, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Bis zur nächsten Folge. Technik. Vielen Dank. Verabschiedet sich jetzt. Tschüss. Tschüss.